Hallo zusammen, ich stelle euch hier das Spiel Cowboy Bebop vor. Es ist ein Deckbau-Kartenspiel für bis zu vier Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von 30 bis 60 Minuten. Das Spiel beruht auf der gleichnamigen Anime-Welt und versetzt euch in die Rollen von Kopfgeldjägern, die nach Kriminellen jagen. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. In der Spielbox findet ihr jeweils eine Tafel für das Raumschiff Bebop und drei Planeten, auf denen sich im Spielverlauf die Kriminellen verstecken. Jeweils unten auf dem Planeten ist eine Bewegungsanzeige, die angibt, wie viel Sprit nötig ist, um auf diesem Planeten zu ziehen. Die Spritmarker werden für die Anzeigen auf dem Planeten und den Charaktertafeln verwendet. Daneben findet ihr vier Charaktertafeln für die zu spielenden Charaktere. Die Tafeln zeigen dabei jeweils links eine Tankanzeige und rechts hervorgehoben zwei spezielle Charakterfähigkeiten. Die jeweils erste Fähigkeit der anderen Charaktere ist daneben aufgeführt und kann genutzt werden, wenn man auf demselben Ort des abgebildeten Charakters steht. Für jeden Charakter gibt es noch eine passende Miniatur bzw. einen Aufsteller. Für den quasi Endgegner Vicious gibt es noch eine separate Figur. Das zentrale Element des Spiels sind die Karten, die sich in verschiedene Kartentypen unterteilen. Die Aktionskarten, bei denen zwischen Common- und Basisdeckkarten unterschieden wird, sowie die kriminellen Karten, die Vicious-Karte und die Schadenskarten. Die Aktionskarten haben oben mittig einen Kartennamen aufgedruckt und rechts daneben die Wulong-Kosten, um die Karte zu erwerben. Die Basiskarten sind die zum Spielbeginn verteilten kostenlosen Karten und dort in der Ecke mit einem B gekennzeichnet. An der Abbildung links und der Farbe erkennt man den zugeordneten Charakter für die Karte, bei Gelb Fae, bei Blau Spike, bei Lila Jet und bei Rot Edward. Hängt eine Karte mit keinem speziellen Charakter zusammen, ist sie grau und wird als neutrale Karte angesehen. Links unten sind die Ressourcen aufgedruckt, die man beim Ausspielen der Karte erhält, welche sich in die Währung Wulong, den Sprit, Stärke und Hinweise unterteilen. Rechts daneben ist ein etwaiger Effekt aufgeführt, der beim Ausspielen ausgelöst wird. Manche Karten haben darunter noch einen Team-Effekt aufgezeigt, der mit der Farbe darauf hindeutet, auf welchen anderen Charakter sich der Effekt bezieht. Die Kriminellen, deren Name mittig auf der Karte steht, sind die Quelle für die Rufpunkte, die für den Sieg wichtig sind. Unter dem Namen haben manche Kriminellen noch einen Effekt, der beim Aufdecken des Kriminellen abgehandelt werden muss. Um die Kriminellen einzufangen und Rufpunkte zu erhalten, muss man die Verhaftungsmarke auf den Karten einsammeln, wovon auf jedem Kriminellen zwei Stapel aufgetürmt werden, einen Widerstandsstapel und einen Untersuchungsstapel. Wie viele Marker dort jeweils ausgelegt werden, ist mit der Zahl links angegeben. Welche Ressourcen man ausgeben muss, um einen Verhaftungsmarker zu nehmen, auf der rechten Seite. Beim Einfangen der Kriminellen können alle Verhaftungsmarker in Rufpunkte-Marker umgetauscht werden. Derjenige, der den Kriminellen letztlich gefasst hat, erhält zusätzlich am Spielende noch die aufgedruckten Rufpunkte. Die Verhaftungsmarker gibt es jeweils für jeden der drei Planeten und diese werden dabei immer passend zu dem Planeten auf den Kriminellen ausgelegt. Für Vicious gibt es aber separate Marker. Für jeden Verhaftungsmarker, den ein Spieler vom Widerstandsstapel an sich nimmt, zieht er auch eine Schadenskarte. Diese sind an dem Symbol in der oberen rechten Ecke zu erkennen und stellen beispielsweise Verletzungen der Spieler dar. Neben dem Ausrufezeichen ist der Effekt aufgeführt, den die Spieler beim Ziehen der Karte vom Schadenstapel ausführen müssen. Der Effekt darunter ist derjenige, den die Spieler auslösen, wenn die Karte von der Hand ausgespielt wird. In der Regel ist dies das optionale Bezahlen von Ressourcen, um die Karten aus dem eigenen Deck zu entfernen. Es liegt dann ebenso noch ein Ablagebrett für die Common und eins für die Schadenskarten bei, sowie einen Big-Shot-Aufsteller. Zum Spielaufbau werden die drei Planetentafeln und die Bebop in die Tischmitte gelegt. Einen Spritmarker setzt ihr jeweils auf das Feld 1 der drei Planetentafeln und daneben legt ihr noch alle Verhaftungsmarker aus. Die Charakterfiguren von Spike, Jet, Faye und Ed werden auf die Bebop gestellt. Dabei ist es egal, wie viele Spieler am Spiel teilnehmen und ihr könnt entweder die Aufsteller oder die Miniaturen verwenden. Das Ablagebrett für die Common-Karten legt ihr ebenso in der Tischmitte aus und auf dieses die gemischten und verdeckten Common-Karten. Von diesem Stapel deckt ihr fünf Karten nacheinander auf und platziert sie rechts vom Brett, um den Markt zu bilden. Ihr wählt dann einen Kriminellen von jedem Planeten aus den sechs Startkriminellen, welche an der Null im Sheriff-Stern zu erkennen sind. Die gezogenen Kriminellen legt ihr dann auf die zugehörige Planetentafel. Es werden dann so viele Verhaftungsmarker auf den Karten ausgelegt, wie auf den beiden Feldern der kriminellen Karten angegeben sind. Die übrigen Kriminellen inklusive verbleibender Startkriminellen werden nach Planet sortiert und dann separat gemischt. Abhängig von der Spielerzahl nehmt ihr dann bei zwei Spielern drei, bei drei Spielern vier und bei vier Spielern fünf Karten von jedem Stapel zur Seite. Die so erhaltenen Karten werden dann zusammen gemischt und bilden das kriminellen Deck. Von diesem zieht ihr die untersten zwei Karten und legt die Vicious-Karte dazu, mischt diese drei Karten und legt diese wieder unter das kriminellen Deck. Damit ist sichergestellt, dass mit den letzten drei Karten Vicious auftaucht. Das kriminellen Deck wird dann auf dem Bigshot-Aufsteller platziert. Die Vicious-Verhaftungsmarker und die Rufpunkte-Marker werden daneben als Vorrat bereitgelegt und die Figur von Vicious wird daneben platziert. Alle Schadenskarten werden gemischt und verdeckt auf dem zugehörigen Ablagebrett platziert. Daneben wird etwas Platz für einen Ablagestapel gelassen. Jeder Spieler wählt dann einen Charakter aus und legt die zugehörige Charaktertafel vor sich aus. Die Spieler bilden dann ihr Basis-Deck, das aus sechs neutralen Wulong-Karten und vier Karten in ihrer Charakterfarbe besteht. Diese zehn Karten werden gemischt und verdeckt neben die Charaktertafel gelegt. Rechts lassen die Spieler etwas Platz für einen persönlichen Ablagestapel. Einen Spritwürfel legen die Spieler dann noch auf das Feld 1 ihrer Tankanzeige. Ihr bestimmt einen Startspieler, von dem aus die Spieler im Spielverlauf ihre Züge im Uhrzeigersinn spielen. Der Startspieler zieht dann vier Karten von seinem Nachziehstapel auf die Hand, die anderen Spieler fünf. Damit ist der Spielaufbau auch beendet und das Spiel kann losgehen. Die Spieler führen beginnend mit dem Startspieler und dann weiter im Uhrzeigersinn nacheinander ihre Spielzüge aus. In ihren Zügen spielen die Spieler einige ihrer Karten vor sich aus, wodurch sie Ressourcen erhalten, mit denen sie beispielsweise neue Karten kaufen, Fähigkeiten aktivieren oder Kriminelle einfangen können. Am Ende des Zuges werden die gespielten und übrigen Handkarten aufgedeckt in den Ablagestapel gelegt und danach zieht der aktive Spieler fünf neue Karten von seinem Nachziehstapel auf die Hand. Es wird dann noch gegebenenfalls Vicious bewegt und anschließend ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn am Zug. Das wird so lange wiederholt, bis Vicious gefangen wurde oder entkommen ist und damit das Spiel endet. Unabhängig davon, ob Vicious gefangen wurde oder entkommen ist, gewinnt am Spielende der Spieler mit den meisten Rufpunkten. Ein Spielzug besteht im Wesentlichen aus fünf Schritten, dem Zugbeginn, der Aktionsphase, dem Zugende, dem Aufziehen von Karten und gegebenenfalls dem Bewegen von Vicious. Anschließend ist dann der nächste Spieler am Zug. Zum Beginn des Zuges haben die Spieler in der Regel fünf Karten auf der Hand, die sie im letzten Spielzug gezogen haben. Durch einige Karteneffekte könnten sie aber gegebenenfalls gezwungen worden sein, Karten abzuwerfen oder auch Karten zu ziehen, womit sie dann mit weniger oder mehr als fünf Karten in den Zug starten. Anschließend kann der aktive Spieler so viele Aktionen in beliebiger Reihenfolge beliebig oft ausführen, wie er bezahlen kann und möchte. Dabei stehen ihm fünf Aktionen zur Auswahl, das Spielen einer Karte, der Kauf einer Karte, Bewegen, Charakterfähigkeiten nutzen und das Konfrontieren und Verhaften von Kriminellen. Entscheidet sich der Spieler dazu, eine Karte von seiner Hand zu spielen, legt er diese aufgedeckt vor sich aus. Das Ausspielen einer Karte ist dabei kostenlos. Sobald eine Karte gespielt wurde, erhält der aktive Spieler sofort die aufgeführten Ressourcen und handelt die Fähigkeiten der Karte ab. Die gelben Wolongs sind die Währung des Spiels und können genutzt werden, um Karten vom Markt zu kaufen oder Fähigkeiten zu aktivieren. Die erhaltenen Wolongs sind dabei virtuell und können zu einem beliebigen Zeitpunkt des aktuellen Zuges ausgegeben werden. Zu beachten ist aber, dass nicht genutzte Wolongs zum Zugende verfallen. Die Sprit-Ressource erhöht die Tankanzeige des Spielers um jeweils eins, wobei der Sprit später zum Bewegen oder zum Aktivieren von Effekten genutzt werden kann. Sprit kann dabei im Tank aufgespart werden und verfällt nicht zum Zugende. Die Ressource Stärke wird genutzt, um Kriminelle einzufangen und die Widerstandsverhaftungsmarker zu sammeln. Genauso wie die Wolongs verfallen etwaige ungenutzte Stärkepunkte am Zugende. Gleiches gilt auch für die Hinweise, die ebenso zum Einfangen der Kriminellen genutzt werden und auch bei Nichtverwendung am Zugende verfallen. Neben den Ressourcen generieren die Karten teilweise Effekte. Wenn dem so ist, wird der Effekt nach Ausspielen der Karte direkt abgehandelt. Dabei wird jeder Effekt nur einmal beim Ausspielen ausgeführt, es sei denn, es ist anders angegeben. Die Effekte müssen daneben komplett abgehandelt werden, bevor man eine nächste Aktion ausführt. Leitet der Text mit You May Du darfst ein, ist der Effekt optional und kann vom aktiven Spieler auch ignoriert werden. Einige Karten bringen noch einen Team-Effekt mit sich. Wenn der aktive Spieler im aktuellen Zug eine Aktionskarte des gleichen Charakters ausgespielt hat, erhält er auch den Bonus-Effekt in der Team-Box. Der Ausspielzeitpunkt ist dabei nicht wichtig. Man erhält den Team-Effekt auch, wenn die passende Charakterkarte erst nach der Karte mit dem Team-Effekt ausgespielt wurde. Allerdings wird der Team-Effekt erst abgehandelt, nachdem die gerade gespielte Charakterkarte selbst abgehandelt wurde. Das heißt, wenn zum Beispiel diese zwei Karten mit Team-Effekt für Fay ausgespielt wurden, erhält der Spieler den Team-Effekt noch nicht. Spielt er aber im gleichen Zug noch eine Fay-Karte aus, handelt er diese ab und im Anschluss erhält er von beiden anderen Karten den Fay-Bonus. Jede Charakterkarte aktiviert dabei alle ihre zugehörigen Team-Effekte, wobei jeder Team-Effekt selbst nur einmal pro Zug ausgeführt wird. Einige Kartenfähigkeiten erlauben, dass wir Moven bzw. Entfernen von Karten aus dem Ablagestapel Nachziehstapel und bzw. oder aus den Handkarten. Die zum Entfernen ausgewählten Karten werden dann permanent aus der Spielrunde entfernt und zur Seite bzw. zurück in die Spielbox gelegt. Das Entfernen von Karten kann insbesondere nützlich sein, um die Anzahl schwächerer Karten im eigenen Kartendeck zu reduzieren und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, schneller bessere Karten zu ziehen. Als Ausnahme ist aber das Entfernen von Schadenskarten zu beachten, die beim Entfernen immer auf den Schadenskarten Ablagestapel gelegt werden. Alternativ zum Spielen einer Handkarte kann man als Aktion auch eine Karte kaufen. Neue Karten können dabei auf dem Markt erworben werden, wo fünf Karten zur freien Auswahl stehen. Die Kosten der Karten sind jeweils oben rechts aufgeführt. Um eine Karte zu kaufen, kann man die beim Ausspielen von Karten erhaltenen virtuellen Wulong-Münzen ausgeben. Die gekaufte Karte wird dann auf den Ablagestapel gelegt und verbessert damit zukünftig das Kartendeck des Spielers. Nach dem Kauf wird sofort eine neue Karte in den Markt gelegt, damit wieder fünf zur Auswahl stehen. Dabei können im Spielzug beliebig viele Karten gekauft werden, solange man diese bezahlen kann. Wenn man mit der Marktauslage nicht zufrieden ist und seinen Sprit um zwei reduziert, darf man die komplette Marktauslage abwerfen und fünf neue Karten auslegen. Zur Erinnerung ist das auch nochmal auf dem Ablagebrett für die kommenden Karten aufgedruckt. Ergänzend sei noch gesagt, dass einige Kriminelle bei ihrem Erscheinen auch einen Austausch der Marktauslage auslösen. Neben dem Spielen und Kaufen von Karten können die Spieler als Aktion eine Bewegung durchführen, wenn sie dafür den erforderlichen Sprit ausgeben. Grundsätzlich können sich die Spieler dabei zu den drei Planeten Mars, Erde und den Ganymed-Mond sowie zum Raumschiff Bebop bewegen. Um sich zu einem Planeten zu bewegen, muss der Spieler die auf der Bewegungsanzeige angegebene Menge an Sprit bezahlen, die zwischen eins und drei hoch sein kann. Der Rückflug zur Bebop kostet hingegen immer nur einmal Sprit. Die Bewegungsanzeigen werden dabei im Spielverlauf auf verschiedene Art und Weisen angepasst. Wenn eine neue Kriminellenkarte nach dem Verhaften eines Kriminellen aufgedeckt wird und der angegebene Planet bereits einen Kriminellen enthält, wird die Anzeige um eins angehoben. Sollte die Anzeige dabei bereits auf drei sein, flüchtet stattdessen der aktuelle Kriminelle. Wenn ein Krimineller flüchtet oder verhaftet wird, wird die Anzeige des zugehörigen Planeten auf eins zurückgesetzt. Daneben gibt es aber auch einige Aktionskarten, die die Bewegungsanzeigen beeinflussen. Als weitere Aktion können die Spieler eine Charakterfähigkeit nutzen. Davon hat jeder Charakter auf seiner Tafel zwei einzigartige Fähigkeiten aufgeführt und daneben noch die Fähigkeiten der anderen Charaktere. Letztere können auch zusätzlich genutzt werden, wenn sie sich am gleichen Ort wie man selbst befinden. Aus diesem Grund wird auch immer mit allen Figuren gespielt, unabhängig davon, wie viele Spieler dabei sind. Die Charaktere, die von keinem Spieler kontrolliert werden, werden als Nichtspielercharaktere bezeichnet. Mit diversen Kartenfähigkeiten können auch diese Nichtspielercharaktere bewegt werden. Die Charakterfähigkeiten können dabei beliebig oft mit dem Ausgeben von Sprit aktiviert werden, sofern die Spritkosten bezahlt werden können. Ed kann dabei für drei Sprit einen Hinweis erhalten, den sie sofort auf ihrem Planeten ausgeben kann oder alternativ sechs Sprit, um eine Karte von ihrem Ablagestapel auf die Hand zurückzunehmen. Jed kann für zwei Sprit zwei Schadenskarten von seiner Hand und bzw. oder seinem Ablagestapel entfernen. Für fünf Sprit kann er einen Stärkepunkt generieren und erhält beim Nehmen eines Verhaftungsmarkers vom Widerstandsstapel keine Schadenskarte. Spike kann für drei Sprit eine Karte ziehen und diese wahlweise abwerfen, um eine weitere zu ziehen. Für fünf Sprit kann er eine Karte vom Markt mit einem Rabatt von zwei kaufen und sie oben auf seinen Nachziehstapel legen. Fake kann zwei Sprit gegen einen Wulong tauschen und für x Sprit eine Karte vom Markt mit den Kosten von x kaufen. Sie kann also beispielsweise drei Sprit ausgeben, um eine Dreier-Wulong-Karte vom Markt zu kaufen. Dieser besondere kauft mit Sprit, darf dabei aber nicht mit Wulongs kombiniert werden. Die letzte Aktion erlaubt es den Spielern, Kriminelle zu konfrontieren und zu verhaften. Sollte sich ein Krimineller auf dem gleichen Planeten wie der eigene Charakter befinden, kann der aktive Spieler entscheiden, Stärkepunkte oder Hinweise auszugeben, um den Kriminellen zu schwächen bzw. zu verhaften. Die benötigte Anzahl, um einen Verhaftungsmarker zu nehmen, ist dabei auf jedem Kriminellen separat aufgedruckt. Beispielsweise müsste hier ein Stärkepunkt ausgegeben werden, um einen Verhaftungsmarker vom Widerstandstapel zu nehmen. Daneben müssten zwei Hinweisressourcen bezahlt werden, um einen Verhaftungsmarker vom Untersuchungsstapel zu nehmen. Hat der Spieler vom Widerstandstapel einen Verhaftungsmarker genommen, muss er noch eine Schadenskarte ziehen. Bei Vicious zieht der Spieler sogar zwei Schadenskarten. Sollte man aber durch den Einsatz von Hinweisen einen Verhaftungsmarker erhalten, zieht man keine Schadenskarte. In welcher Reihenfolge ein Spieler Verhaftungsmarker an sich nimmt, ist ihm freigestellt, solange er die benötigten Ressourcen ausgibt. Ebenso kann ein Spieler auch zwischen Planeten wechseln und mehrere Kriminelle konfrontieren bzw. verhaften. Sobald ein Stapel auf dem Kriminellen aufgebraucht ist, also entweder der Widerstands- oder der Untersuchungsstapel, verhaftet der aktive Spieler sofort den Kriminellen. Er nimmt die kriminellen Karte dann an sich und legt sie rechts verdeckt neben seiner Charaktertafel aus. Jeder Spieler, der Verhaftungsmarker von dem zugehörigen Planeten eingesammelt hat, tauscht diese Marker nun in Rufpunkte-Marker in gleicher Anzahl um und legt diese verdeckt vor sich ab. Das heißt, gegebenenfalls erhalten auch andere Spieler neben dem aktiven Spieler Rufpunkte, sofern sie vorher von diesem Planeten Verhaftungsmarker eingesammelt haben. Etwaige Verhaftungsmarker von anderen Planeten, die zu noch nicht verhafteten Kriminellen gehören, bleiben aber vor den Spielern liegen. Die Charaktere, die sich auf dem Planeten befinden, wo der Kriminelle verhaftet wurde, werden nun kostenlos zurück auf die Bebop versetzt. Sollte Vicious dort stehen, wird er aber nicht verschoben. Danach wird die Bewegungsanzeige auf dem Planeten auf 1 zurückgesetzt. Anschließend werden zwei neue Kriminellenkarten nacheinander aufgedeckt, wobei für jede aufgedeckte Karte geprüft wird, ob auf dem zugehörigen Planeten bereits ein Krimineller ist oder nicht. Wenn sich kein Krimineller auf dem angezeigten Planeten befindet, wird der neue Kriminelle dort ausgelegt. Auf diesen wird dann wieder die aufgeführte Anzahl an Verhaftungsmarkern platziert. Wenn dort aber bereits ein Krimineller ausliegt, wird der Neugezogene abgeworfen und neben dem Big Shot Aufsteller abgelegt. Die Bewegungsanzeige des Planeten wird dann noch um 1 erhöht. Sollte sich die Bewegungsanzeige aber auf 3 befinden, flüchtet der dort befindliche Kriminelle und der neue wird ausgelegt. Nach der Flucht wird die Bewegungsanzeige zurück auf 1 gesetzt und alle Charaktere werden zurück auf die Bebop verschoben. Sämtliche Verhaftungsmarker des Planeten müssen nun von den Spielern abgeworfen werden, ohne dafür Rufpunkte zu erhalten. Wenn ein neu platzierter Krimineller eine Aufdeckfähigkeit hat, wird dann noch die Marktauslage abgelegt und 5 neue Karten für den Markt aufgedeckt. Sollte Vicious während des Aufdeckens neuer Krimineller erscheinen, werden ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Kriminellen mehr aufgedeckt, dazu später mehr. Hat der aktive Spieler seine Aktionen abgehandelt, beendet er seinen Zug und legt alle vor ihm ausgespielten Karten auf den persönlichen Ablagestapel. Etwaige verbliebene Handkarten werden ebenso abgelegt. Als nächstes zieht der Spieler fünf neue Karten von seinem Nachziehstapel auf die Hand. Wenn ein Spieler Karten ziehen muss, aber sein Nachziehstapel leer ist, mischt er alle Karten von seinem Ablagestapel und bildet damit ein neues Nachziehdeck und zieht die übrigen Karten von diesem. Sollte Vicious im Spiel sein, wird dieser gegebenenfalls nun bewegt. Anschließend endet der Spielzug des aktiven Spielers und der nächste Spielers an der Reihe. Im Folgenden noch die detaillierten Regeln zu Vicious. Sein Erscheinen durch das Aufdecken seiner Karte vom Kriminellenstapel läutet die zweite Phase des Spiels ein, in der die ausliegenden Kriminellen zwar noch verhaftet werden können, aber keine neuen mehr dazukommen. Sobald die Karte von Vicious aufgedeckt wird, wird seine Figur ins Spiel gebracht. Um zu bestimmen, auf welchem Planeten er erscheint, wird als erstes sein Bewegungsdeck erstellt. Alle abgelegten und noch verbliebenen Kriminellen Karten werden zusammengemischt und auf dem Bigshot-Aufsteller platziert. Dieser Stapel gilt nun als Bewegungsstapel von Vicious. Die verhafteten Kriminellen, die die Spieler vor sich ausliegen haben, werden nicht in diesen Stapel gemischt. Die erste Karte dieses Decks wird dann aufgedeckt und Vicious auf diesen Ort gestellt und die aufgedeckte Karte dann direkt abgeworfen. Die Vicious-Karte wird dann noch zwischen die Planetentafeln gelegt. Abhängig von der Spieleranzahl werden dann die Vicious-Marker auf der Karte platziert, um wieder einen Widerstands- und Untersuchungsstapel zu bilden. Der obere Wert gilt dabei für zwei Spieler, der mittlere für drei und der untere für vier Spieler. Zu beachten ist, Vicious selbst gilt dabei nicht als Charakter und kann auch nicht durch Kartenfähigkeiten bewegt werden. Um Vicious zu konfrontieren, müssen die Spieler auf dem gleichen Planeten stehen wie er. Wenn sich auf dem Planeten auch ein Krimineller aufhält, darf sich der aktive Spieler mit seiner Aktion aussuchen, wen er davon konfrontieren möchte. Vicious Verhaftungsmarker einzusammeln, funktioniert dabei auf gleiche Weise wie bei den Kriminellen, mit dem Ausgeben der entsprechenden Ressourcen. Allerdings ist zu beachten, dass die Spieler bei Vicious zwei Schadenskarten ziehen müssen, wenn sie einen Verhaftungsmarker vom Widerstands-Stapel nehmen. Am Ende jedes Spielerzuges, in dem Vicious einen Verhaftungsmarker vom Widerstands-Stapel verloren hat, bewegt er sich. Hat er keine Marker oder nur einen Verhaftungsmarker vom Untersuchungsstapel verloren, bleibt er hingegen stehen. Sollte er sich aber bewegen, wird die oberste Karte seines Bewegungsstapels aufgedeckt und Vicious zu dem aufgezeigten Planeten bewegt. Die Bewegungsanzeigen werden bei seiner Bewegung auch nicht verändert. Wenn er sich schon auf dem angezeigten Planeten befindet, wird stattdessen die Bewegungsanzeige um eins heraufgesetzt. Sollte die Bewegungsanzeige aber schon auf drei stehen und sich ein Krimineller auf dem Planeten befinden, flieht dieser nun nach den regulären Fluchtregeln. Wenn bei drei aber kein Krimineller ausliegt, passiert einfach nichts. Vicious kann auf diese Art und Weise nicht fliehen. Wenn er sich aber nicht auf dem gezeigten Planeten befindet, zieht er nun dorthin. Die Bewegungsanzeigen werden bei seiner Bewegung nicht verändert. Die für die Bewegung aufgedeckte Kriminellenkarte wird dann abgeworfen, ein etwaiger Aufdeckeffekt wird ignoriert. Genauso wie bei anderen Kriminellen gilt Vicious als gefangen, wenn einer seiner Stapel von Verhaftungsmarkern leer ist, womit das Spiel dann sofort endet. In dem Fall tauschen dann alle Spieler ihre Vicious-Marker in Rufpunkte um. Ein Vicious-Marker ist dabei jeweils einen Rufpunkt wert. Sollte die letzte Karte vom Bewegungsstapel aufgedeckt werden, erhält jeder Spieler noch einen finalen Zug und danach endet das Spiel. Wenn keinem Spieler das Verhaften von Vicious im letzten Zug gelingt, flieht er und alle Spieler legen ihre Vicious-Marker ab. Zum Spielende fliehen alle noch verbliebenen Kriminellen und die übrigen Verhaftungsmarker vor den Spielern werden wirkungslos abgelegt. Unabhängig davon, ob Vicious verhaftet wurde oder nicht, zählen dann alle Spieler ihre Rufpunkte-Marker zusammen und addieren darauf jene von denen ihrer selbst verhafteten Kriminellen. Der Spieler, der dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Im Falle eines Gleichstandes der Spieler, der die meisten Kriminellen verhaftet hat. Sollte immer noch Gleichstand bestehen, teilen sich die am Gleichstand beteiligten Spieler den Sieg. Das als Überblick zu den Spielregeln. Im folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier bereits für zwei Spieler aufgebaut und wir treten als Jet Black gegen Spike an. Als erstes entscheiden wir uns in unserem Zug drei unserer Karten auszuspielen, und zwar die neutralen Karten, die uns jeweils einen Wulong bringen. Unsere letzte Karte auf der Hand bringt uns noch einen weiteren Wulong und einen Hinweis. Als nächstes entscheiden wir uns mit einer Kaufenaktion, die Karte Resupply vom Markt zu erwärmen. Diese kostet drei und wir legen sie dann entsprechend in unseren Ablagestapel. Die Lücke im Markt wird dann direkt im Anschluss auch wieder aufgefüllt. Wir haben jetzt noch einen Wulong und einen Hinweis übrig, können aber mit beiden nichts anfangen, das heißt wir beenden hier unseren Zug. Zum Zugende legen wir dann alle unsere Karten auf den Ablagestapel und ziehen dann direkt im Anschluss fünf neue Karten auf unsere Hand. Wir möchten uns nicht bewegen und auch keine Charakterfähigkeit nutzen und entscheiden uns damit jetzt unseren Zug zu beenden. Spike ist nun an der Reihe und dieser entscheidet sich ebenso, seine drei neutralen Karten auszuspielen, um drei Wulong zu generieren. Anschließend legt er noch seine beiden Charakterkarten aus und diese bringen ihn zuallererst drei Sprit. Bei der rechten Karte generiert er zusätzlich noch einen Angriffspunkt. Für die drei erhaltenen Wulong entscheidet er sich die linke Karte auf dem Markt zu kaufen. Diese kostet genau drei Wulong. Auch er deckt dann im Anschluss sofort wieder eine neue Karte für den Markt auf. Anschließend möchte er sich auf die Erde bewegen und laut Bewegungsanzeige muss er dafür einen Sprit ausgeben. Dies tut er auch und zieht dann entsprechend auf die Erde, wo er seinen Stärkepunkt ausgibt, um den Teddybomber anzugreifen. Bei Konfrontation mit einem Stärkepunkt kann er von dem linken Widerstandsstapel einen Verhaftungsmarker an sich nehmen. Dafür, dass er aber quasi in den Nahkampf mit dem Teddybomber gegangen ist, muss er nun eine Schadenskarte ziehen. Bei der gezogenen Schadenskarte prüft er den entsprechenden Sofort-Effekt und muss die Karte nach diesem in den Ablagestapel legen. Seinen Zug beendet er dann und räumt dann alle gespielten Karten ab. In die nächste Runde startet er dann wieder mit fünf neuen Karten auf der Hand. Wir sind wieder am Zug und als erstes spielen wir drei Karten aus, um damit drei Wulong zu generieren. Die linke Karte erlaubt es uns daneben noch einen Non-Player-Charakter zu bewegen. Dafür ziehen wir mit Faye auf den Mars und entscheiden uns dann selbst für das Ausgeben eines Sprits auf die Erde zu ziehen. Für die drei generierten Wulong kaufen wir vom Markt eine Karte, die genau drei kostet und legen diese in unseren Ablagestapel. Mit den nächsten beiden Karten füllen wir zuallererst wieder unseren Sprit auf und generieren daneben dann noch einen Stärkepunkt. Diesen geben wir natürlich auch direkt aus, um den Teddybomber zu konfrontieren und damit nehmen wir den letzten Verhaftungsmarker vom Widerstandstapel an uns. Da jetzt ein Stapel leer ist, gilt der Teddybomber als verhaftet und wir nehmen diesen an uns und legen ihn verdeckt unter unser Charakter-Tableau. Am Spielende ist dieser Startkriminelle allerdings null Punkte wert. Sowohl wir als auch Spike haben einen Verhaftungsmarker genommen, das heißt wir geben diesen nun zurück in den Vorrat und erhalten dafür einen Rufpunktemarker. Den erhaltenen Punktemarker legen wir dann verdeckt auf unser Tableau. Alle Charaktere auf der Erde werden dann einmal kostenlos zurück auf die Bebop versetzt. Anschließend decken wir zwei neue Kriminelle auf und der erste kann direkt platziert werden, da sich auf der Erde kein Krimineller mehr befindet. Zusätzlich müssen wir durch den Aufdeckeffekt des Kriminellen den ganzen Markt austauschen und danach noch auf ihm die Verhaftungsmarker platzieren. Egal was wir ziehen, es kann jetzt nur passieren, dass eine Bewegungsanzeige hochgesetzt wird und dies ist bei Ganymed der Fall. Denn die gezogene Kriminelle kann hier nicht platziert werden, da sich dort noch ein Krimineller befindet. Da wir auch dem Widerstand des Kriminellen ausgesetzt waren, erhalten wir auch eine Schadenskarte. Als Sofort-Effekt gibt die Karte an, dass wir einen Spritpunkt verlieren und die Karte dann direkt entfernen. Eine weitere Aktion führen wir nicht durch, das heißt wir legen unsere gespielten Karten ab und ziehen dann wieder fünf Karten auf unsere Hand. Es befindet sich nur noch eine Karte in unserem Nachziehstapel, das heißt wir müssen nun unseren Ablagestapel zu einem neuen Nachziehstapel mischen. Von diesen ziehen wir dann auch direkt die verbleibenden vier Karten auf unsere Hand. Spike generiert in seinem Zug zuallererst drei Wulongen und nutzt dann den Effekt seiner neutralen Karte, um diese drei Wulongen auszugeben, um die rechte Karte hier zu entfernen. Das bedeutet, sie ist jetzt komplett aus seinem Deck entfernt. Auf die Bewegungsaktionen eines Non-Player-Charakters von seiner Let's Jam-Karte verzichtet er hier an dieser Stelle. Mit seinen zwei verbleibenden neutralen Karten generiert er dann noch zwei weitere Wulongen und erwirbt davon eine Karte aus dem Markt. Sein Zug ist beendet, er hat nun auch keinen Nachziehstapel mehr, mischt seinen Ablagestapel neu und zieht dann von diesen wieder fünf Karten auf. In unserem nächsten Zug spielen wir zuallererst vier Karten aus, um damit vier Wulongen zu generieren. Anschließend spielen wir unsere gelbe Fake-Karte aus, diese bringt uns nochmal zwei Wulongen und da sie einen Team-Effekt auf Jet hat und wir eine Jet-Karte in diesem Zug gespielt haben, erhalten wir noch zwei Sprit. Für die ersten vier Wulongen entscheiden wir uns vom Markt, eine Viererkarte für Jet zu kaufen. Die direkt im Anschluss aufgedeckte Add-Karte entscheiden wir uns dann auch noch an und zu nehmen. Mit dem Ausgeben von einem Sprit ziehen wir dann auf den Maß und beenden dann unseren Zug. Spike spielt zuallererst seine Karte von Add aus, die ihm zwei Wulongen bringt. Den Effekt der Karte nutzt er dann, um eine Karte von seiner Hand zu entfernen und dafür einen Sprit zu erhalten. Diese Karte wird dann entsprechend ohne Effekt aus dem Spiel entfernt und danach entscheidet er sich noch seine zwei generierten Wulong-Münzen auszugeben, um seine Wunde zu heilen. Das kostet ihm nämlich genau zwei Wulong und dafür darf er auch diese Karte entfernen. Entfernte Schadenskarten werden aber nicht aus dem Spiel entfernt, sondern sie gehen auf den Schadenskarten-Ablagestapel. Die nächste Karte spielt er dann aus, um mit der Kartenfähigkeit Add nach Ganymed zu ziehen. Spike würde dann gerne direkt hinterherziehen, aber wegen den Bewegungskosten von zwei möchte er vorab eine Karte einsetzen. Er entscheidet sich zuvor, seine Teamwork-Karte auszuspielen, die ihm zum einen einen Stärkepunkt gibt und den anderen Spielern erlaubt, eine Karte nachzuziehen. Er profitiert dann noch von dem Team-Effekt und kann sich entscheiden, eine Bewegungsanzeige herab- oder heraufzusetzen. Seine Wahl fällt hier auf Ganymed und dort verschiebt er den Bewegungsanzeiger von zwei auf eins. Jetzt, wo ihn die Bewegung nur noch einen Sprit kostet, zieht er direkt hinterher und entscheidet sich dann dort auf Ganymed, seinen Stärkepunkt auszugeben. Für diesen konfrontiert er den Kriminellen und nimmt dann einen Verhaftungsmarker an sich. Neben dem Verhaftungsmarker muss er aber auch wieder eine Schadenskarte ziehen und diese besagt, dass sie auf den Nachziehstapel gelegt werden muss. Seinen Zug beendet er dann und übergibt dann wieder an uns. Dank der Fähigkeit von Spike starten wir sogar mit sechs Karten in die nächste Runde und wir entscheiden uns nun auch, unser Deck ein bisschen aufzuräumen und für die Kosten von drei Wulongen eine neutrale Karte zu entfernen. Mit den verbleibenden Karten auf der Hand können wir zum einen noch zwei weitere Wulongen generieren und zum anderen zwei Sprit. Fays Figur steht an dem gleichen Ort wie wir und wir entscheiden uns damit, ihre Charakterfähigkeit zu nutzen, geben also zwei Sprit aus, um einen weiteren Wulongen zu erhalten. Damit verfügen wir also über drei Wulongen und kaufen für dieses Geld eine Karte vom Markt. Mit der verbleibenden Karte auf der Hand generieren wir einen weiteren Spritpunkt und einen Stärkepunkt. Den Kriminellen auf dem Mars konfrontieren wir also und nehmen also einen seiner Widerstandsverhaftungsmarker an uns. Dafür müssen wir wieder eine Schadenskarte aufdecken und sie besagt, dass sie auf das Deck gelegt werden muss. Spike ist dann wieder an der Reihe und er möchte weiter an seinem Deck bauen und spielt drei Wulongen aus. Mit diesen entscheidet er sich dann erneut, eine seiner neutralen Karten zu entfernen. Anschließend spielt er noch eine seiner Spike-Karten aus, die seinen Sprit um zwei erhöht. Er befindet sich auf dem gleichen Planeten wie Ed, gibt drei Sprit aus und erhält dafür eine Hinweisressource. Mit dem Hinweis von seiner hier oben ausgespielten Karte hat er also nun zwei Hinweise und kann damit auch einen Kriminellen konfrontieren. Im Gegensatz zur physischen Konfrontation, wo er eine Stärke benötigt, braucht er hier zwei Hinweise. Das heißt, er nimmt einen Hinweismarker vom Untersuchungsstapel an sich und erhält dafür aber auch keine Wunde. Er hat dann noch seine Schadenskarte auf der Hand, die er ausspielt und für das Ausgeben von einem Sprit direkt entfernen kann. Seinen Zug beendet er dann und übergibt dann wieder an uns. Zu Beginn unseres Zuges spielen wir als erstes unsere Schadenskarte aus. Diese hat den Effekt, dass sie automatisch entfernt wird. Anschließend erhöhen wir unseren Sprit um zwei Punkte und spielen dann anschließend noch ein paar Wulong-Münzen aus. Durch den Kombi-Effekt von Faes Karte erhöhen wir unseren Sprit sogar noch mal um zwei. Unsere letzte Karte erlaubt es uns, unseren Sprit noch mal zu erhöhen und durch den Team-Bonus erhalten wir noch einen zweiten Hinweis. Damit können auch wir uns nun erfolgreich um die Schadenskarte drücken und nehmen stattdessen einen Verhaftungsmarker vom Untersuchungsstapel. Wir stehen immer noch am gleichen Ort wie Faes und entscheiden uns dann ihre Charakterfähigkeit für das Bezahlen von zwei Sprit zu nutzen. Damit erhöhen wir die und zur Verfügung stehenden Wulong auf vier und kaufen dann die Karte hier rechts vom Markt. Unseren Zug beenden wir dann und dann ist wieder Spike an der Reihe. Mit seinem Handeln überrascht er uns nicht, er wirft wieder eine Karte von seiner Hand ab, um diese zu entfernen und dafür einen Spritpunkt zu erhalten. Für drei Wulong haut er dann auch direkt eine weitere neutrale Karte aus seinem Deck. Mit der nächsten Karte erhöht er noch mal seinen Spritwert um eins und generiert einen Stärkepunkt. Sein Deck ist lang genug, das heißt er geht wieder in die direkte Konfrontation und nimmt einen Verhaftungsmarker an sich. Die gezogene Schadenskarte muss er dann in seinen Ablagestapel legen. Er möchte dann seinen Zug beenden, wirft seine verbleibende Handkarte ungenutzt ab und auch seine ausgespielten Karten. Nachdem er wieder aufgezogen hat, sind wir dann wieder am Zug. In unserem Zug entscheiden wir uns als erstes für das Ausgeben von einem Sprit nach Ganymed zu ziehen. Dort setzen wir dann unsere zweite Spezialfähigkeit ein, geben noch mal fünf Sprit aus und generieren dafür einen Stärkepunkt. Der Vorteil hier dran ist sogar, dass wir dann keine Schadenskarte ziehen müssen. Mit diesem einen Stärkepunkt nehmen wir den letzten Widerstandsmarker an uns und haben damit den Kriminellen verhaftet. Dies ist allerdings wieder ein Startkrimineller, der uns für die Karte selbst keinen Rufpunkt bringt. Die Verhaftungsmarker geben wir jetzt aber wieder zurück in den Vorrat und erhalten dafür einen Rufpunkt. Spike hatte von der Karte sogar drei Verhaftungsmarker entfernt, kann sich also drei Rufpunkte nehmen. Anschließend werden dann wieder alle Charaktere von Ganymed auf die Bebop verschoben. Es werden wieder zwei neue Kriminellenkarten aufgedeckt und die erste zeigt die Erde. Diese ist bereits besetzt, das heißt der Bewegungsanzeiger wird um eins heraufgesetzt. Die nächste Karte zeigt hier den Mars, auch hier gilt das gleiche, dort befindet sich bereits ein Krimineller, das heißt die Bewegungsanzeige wird einmal hochgeschoben. In dem Sinne ist Ganymed vorläufig frei von Kriminellen. Wir haben ziemlich viel Sprit in dieser Runde ausgegeben, füllen unseren Tank aber mit den nächsten beiden Karten wieder halbwegs auf. Mit den folgend gespielten drei Karten generieren wir dann noch drei zusätzliche Wulong-Münzen und entscheiden uns auch, eine unserer neutralen Karten zu entfernen. Die zwei verbleibenden Wulong nutzen wir, um eine Karte aus dem Markt zu kaufen. Den Zug beenden wir dann und würden dann wieder an Spike übergeben. Das Spiel wird dabei so lange weiter gespielt, bis durch eine kriminellen Karte der kriminelle Vicious ins Spiel kommt. Ab diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Kriminellen mehr platziert und die kriminellen Karten werden nun genutzt, um die Bewegung von Vicious anzuzeigen. Wird Vicious verhaftet oder entkommt, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Rufpunkten gewinnt. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage tschau und bis zum nächsten Mal.